Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Windows 11 wertvollen Speicher auf eurem Systemlaufwerk mit Windows-Bordmitteln freigebt. Gerade nach längerer Zeit oder nach größeren Windows-Updates können hier schon mal einige Gigabyte unnötig belegt sein. Es empfiehlt sich also, von Zeit zu Zeit mal eine Aufräumaktion zu starten. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Als erstes verschaffen wir uns einen Überblick über den belegten Speicher. Das geht am einfachsten, indem wir auf Start klicken und hier Einstellungen wählen. Jetzt klicken wir unter System auf den Eintrag Speicher. Jetzt arbeitet Windows erstmal einen Moment und prüft den belegten Speicherplatz. In der Übersicht sehen wir folgendes. Hier finden wir installierte Programme und Windows-Features. Diese sollte man von Zeit zu Zeit mal genauer unter die Lupe nehmen und prüfen, ob man die Programme überhaupt noch verwendet oder ob sie gegebenenfalls deinstalliert werden können. Leider kann man hier keine pauschalen Tipps geben, was benötigt wird und was nicht. Das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Zum Deinstallieren einer Anwendung, klickt ihr einfach auf das Menü ganz rechts der jeweiligen Anwendung und wählt dort Deinstallieren. Unter Andere Personen findet ihr den Speicher, der von anderen Benutzern verwendet wird. Andere Benutzer sind all diejenigen, die auf dem PC ein Benutzerkonto haben. Hier kann man nichts ändern. Dieser Wert dient also lediglich der Übersicht. Unter Andere findet ihr Ordner mit Inhalten, die Speicher belegen, aber nicht in eine der anderen Kategorien passen. Auch hier ist es empfehlenswert zu prüfen, ob es eventuell Reste von Programmen gibt, die möglicherweise gar nicht mehr installiert sind. Auch hier kann es vorkommen, dass einige Gigabyte unnötig belegt sind. Um mehr von dem Ordner bzw. dessen Inhalt zu sehen, müsst ihr ihn einfach nur mit der linken Maustaste anklicken. Es öffnet sich nun das Explorer-Fenster, in dem ihr alles weitere sehen könnt und gegebenenfalls die Dateien bzw. den Ordner entfernen könnt. Kommen wir nun zu dem Abschnitt, in dem wir vermutlich am meisten Speicher freigeben können, nämlich temporäre Dateien. Hierbei handelt es sich um Dateien, die von Programmen vorübergehend, also temporär, angelegt werden. Hier findet ihr, wie ihr in der Liste seht, alles Mögliche. Außerdem gibt es für jeden Eintrag auch eine kurze Erklärung. Also auswählen, was weg soll. Nachdem wir alles, was entfernt werden soll, ausgewählt haben, können wir oberhalb der Liste unter Gesamtauswahl sehen, wie viel Speicher nach dem Entfernen der Dateien frei wird. Um die Dateien jetzt endgültig zu entfernen, klicken wir auf Dateien entfernen. Wenn ihr nach dem Aufräumen mit den eben gezeigten Schritten noch immer das Gefühl habt, dass euch Speicher fehlt, so könnt ihr folgendes tun. Startet den Windows Explorer, am schnellsten geht das mit Windows-Taste plus E und wechselt auf das Laufwerk, auf dem ihr den Speicher vermisst. Nun öffnet ihr die erste Ebene der Ordnerstruktur, so dass ihr alle Ordner seht, die sich in dem Hauptverzeichnis befinden. Jetzt wird es etwas mühsam. Wir klicken nun jeden Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. In dem Eigenschaftenfenster sehen wir nun unter Größe den belegten Speicherplatz. Habt ihr einen Ordner gefunden, der viel zu viel Platz belegt, so könnt ihr dessen untergeordnete Verzeichnisse auf die gleiche Art unter die Lupe nehmen. So verfahrt ihr weiter, bis ihr alle möglichen Speicherfresser ausfindig gemacht und gegebenenfalls beseitigt habt. Mühsam, aber unter Umständen lohnenswert. Und das war's auch schon wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, dann klickt auf Abo. In diesem Sinne... In diesem Sinne...